Hallo und herzlich willkommen zurück zu ARK mit mir dem Sauli Next Und ja, ich habe noch ein bisschen Zeit und zwar ungefähr eine Stunde Ja, deswegen dachte ich mir, wir spielen jetzt ein bisschen ARK, wir machen das Haus hier mal ein bisschen weiter Ich hätte mir da ja ein bisschen Flausen in den Kopf gesetzt Und zwar wird das Dach wohl dann doch aus Tetsch werden Und wir brauchen hier noch ein paar Wände, die echt nicht mehr viel sind Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Wir brauchen noch zehn Steinwände Ich weiß nicht, ob wir noch Stein haben, auf jeden Fall bauen wir jetzt mal ein bisschen Achso, wir hatten ja kein Tetsch mehr, das wird das erste sein, was wir tun Beziehungsweise wir gucken erst mal, ob die Tiere Hunger haben, denn ich bin gerade erst auf dem Server auch wieder eingeloggt War heute noch nicht auf dem Server, das machen wir heute mal alles gemeinsam Ja, Gammelfleisch haben wir, das ist kein Problem Ähm, die Narko-Bären pflücken, um da EP durchzumachen, habe ich ja gestern im Livestream gemacht Wer den geguckt hat auf Twitch, weiß Bescheid Oder auf YouTube, wird der exportiert Ähm, ja It, it, so eine Sache, nicht? So, jetzt möchte ich gerne den Bären nehmen Nicht Bäri Sondern den Hohenbären Den habe ich wohin gestellt? Hier So, dann holen wir mal ein bisschen Fleisch ran mit dem Bär Und, ja, holen wir erstmal Fleisch, dann holen wir ein bisschen Tetsch Dann sehen wir zu, dass wir die zehn Wände machen Und, äh, wir brauchen ja auch genug Tetsch dafür, weil wir das Dach wohl aus Stroh machen werden Dann schauen wir mal, wie das wird Und, ähm, Sachen Hardware wird sich auch etwas tun Äh, ja Fragt mich nicht, wie ich da ran komme Ja, das lässt mal meine Sorge sein Aber neue Graka Und neuer RAM ist auf jeden Fall Ein Eingeplant Und zwar wird das dann die GTX 980 Und, ja, 16 GB RAM Ja, und dann, äh, schauen wir mal, wie das läuft Ich vermute, ja, dann läuft es, äh, rund Ach, guck mal, wie witzig das ist Der wird nun nicht der Raptor Wie, hättest du die Stiften? Ne, 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 Nee, Raptor Also, so läuft das hier nicht Weißt du, hat er gesehen, dass er seine zwei Kollegen aus dem Maul bekommen haben Und dann dachte er sich, ne, 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 ich bin raus Aber davor wollte er noch stark mit ihnen sein, weißt du Vielleicht war aber auch der Schlaue, der sich gedacht hat Ne, sowas mach ich nicht Aber es ist zu spät Diese Entscheidung kann er nicht mehr fällen Und das war es für ihn So, dann sehen wir mal zu, dass wir da ein bisschen rüberschwimmen Gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen Fleisch kriegen Damit unsere Tiere nicht verhungern Vor allem nicht unser gestern im Livestream Gezähmte Wilder Quetzel Da ist ein Rex Wildes Weibchen, der will 120 Der will 8 viel mehr, süß Unser Wilder 116er Quetzel, den wir gestern auf www.twitch.tv Slash Solinix Klar gemacht haben Uh, also wenn der Raptor mich anspringt Könnte ein Problem werden Okay, kommt da nicht zu, der stirbt genauso schnell Wie der Raptor Sehr gut Schaut auf jeden Fall auf meinem Livestream vorbei Er wird auch immer mal gedaddelt Und bald wird es halt flüssiger laufen Dann sind das bei hübscher Grafik Tatsächliche 60 FPS, ja, beim Aufnehmen Bin ich mir ziemlich sicher Also auf hohen Einstellungen sollte ich dann schon so an die 80 bis 100 FPS haben In der Theorie Ich weiß nicht, wie es in der Praxis aussieht So Joa, sonst scheint hier jetzt nichts mehr fettes zu sein Guck mal, hier haben wir ein paar Agentar, wirst du Seit wann kommen die so weit vor an den Strand? Ich glaube, das ist mir aber Das ist mir aber neu Ich glaube, das ist ein 100er irgendwas, ne 112er Ist eigentlich zu schade zum Töten Aber jetzt sind wir schon dabei Also Hau ich mal mit dem Planken immer wieder rein hier So Die beiden irgendwann um Da muss ich mir keine Sorgen machen Aber stehen bleiben und zuhauen Ein paar Blutige sehe ich schon Zack, 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 zack Hast du Amor mit einem Level 112er down Ja, also der ist eigentlich Der hat eigentlich schon ein Level zum Tamen Muss man einfach sagen 112er ist ein stolzer Level So Also haben wir schön noch ein bisschen Prime Meat mit rangeholt Und so weiter und so fort Ich freue mich auf jeden Fall Auf die neue Hardware Finanziell zwar eigentlich etwas Was nicht möglich ist Aber hey Was tut man nicht alles für sein Hobby So Darauf freue ich mich schon sehr Und wie gesagt Wenn meine Arglust bestehen bleibt Dafür kann ich natürlich niemals Nicht jetzt Nicht morgen Nicht immer morgen Nicht in einer Woche Nicht in einem Jahr Irgendwie für garantieren Wenn meine Arglust bestehen bleibt Dann Und ich wie gesagt Das The Island Projekt Und Scorched Earth Projekt Abschließe Und ich immer noch Lust habe Dann werde ich tatsächlich Darüber nachdenken Ein Community Server zu holen Ach ja Dann schauen wir mal Wie das läuft Hab dann schon Ein PvP Server im Sinn Ja Ich weiß ja nur noch nicht Ich werde Zumindest habe ich gerade Keine Connections Zu irgendwelchen Leuten Das heißt Ich werde da keinen Support am Start haben Der sich um alles kümmert Was heißt Ich darf mich drum kümmern Da habe ich diesbezüglich Von Deraphine Schon eher Nachrichten bekommen Wie super nervig das sein kann Aber ich habe mir vorgenommen Mir dann nicht zu viel Stress zu machen Wenn die Leute dann Auf dem Server scheiße machen Ja Dann fliegen die So einfach ist das Ja Punkt Mehr kann ich dazu Dann auch gar nicht sagen Stirb Geht doch 18 Prime Dann läuft der nächste Raptor Der jetzt vermutlich Auch auf mich losgehen wird Von hinten Ganz Ja wird er nicht Gut dann gehe ich jetzt Es reicht auf jeden Fall Ein Fleisch Und der Bär ist super zum Farmen Super stark Ja ich spawne da drüben Natürlich zwei Brontos Ja Die hätte ich davor gebraucht Die dürfen jetzt weiterleben Ich schenke ihnen das Leben Und ich freue mich so auf die Hardware Dass ich halt wieder neuere Spiele Zum Beispiel wenn ich dann Kingdom Come Deliverance Eines Tages tatsächlich streamen werde Das ganze auch in 60 FPS tun kann Weil Mitte 1060 Muss man einfach sagen So zum Privat zocken Sie reicht vollkommen aus Ja ich habe auch in PUBG Wenn ich da vernünftige Einstellungen treffe Über 100 FPS Auch wenn ich PUBG nicht mehr spiele Und hier gerade arg Ich meine 50 bis 60 FPS Reichen eigentlich zum Sauber spielen Aber ihr wisst wie es ist Na ihr wisst wie das ist Was will man machen Man möchte es halt immer besser Hübscher Besser Schneller So ist halt der Mensch So Was 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 Achso Geh weg Nicht wenn ich auf den Bären sitze Ihr blöden Itchis Geht weg von mir So Kriegen meine Fischis Jetzt erstmal ein bisschen was Wie wir ja wissen Muss ich mir auch eine Er läuft nicht mehr Hallo Er lief gerade einfach nicht los Muss ich mir eine große Armee An Fischen Heranholen Am besten Mosasau Und so Wir haben da ja auch schon einen Plan Unter Wasser ein Käfig zu bauen Ich weiß nur noch nicht genau Wie das funktioniert Und wie ich das am besten anstelle Das werden wir dann irgendwie Irgendwann sehen Ich weiß nicht ob ich das An einem Livestream mache Wo ich Tipps dazu bekommen kann Oder ob ich das in der Aufnahme kriege Damit ich keine Tipps dafür bekommen kann Und kein Chat lese Und mich somit voll und ganz Auf die Aufgabe konzentrieren kann Oder ob ich das Einfach nur aufnehme Ohne zu kommentieren Und irgendwann Wenn ich es geschafft habe Das vernünftig zusammen cutte Weil ich keine Ahnung habe Wie schnell ich das schaffe Durch die ganzen Plesios Und so Die da rumschwimmen So warte mal Wir nehmen jetzt erstmal hier die Filets Wenn die noch nicht schlecht geworden sind So Hop 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 Filets rein hier Uh ist doch viel Gammelfleisch zusammengekommen Was zur Hölle Wieso ist das so viel Gammelfleisch Ach das ganze Fleisch Ach wir haben das gestern Gar nicht mehr rausgenommen Lull Lull Muss man da einfach mal sagen Wir haben ja gestern nochmal Fleisch gekocht Wir haben es aber nicht rausgenommen Damit haben wir das ganze Fleisch verkackt Lullull so ist man passt so gut wie alles an fleisch rein ja ja drin für die obis hier drei kann ich ja schon mal mitnehmen passt das noch ein nicht die drei gut ich werde ein bisschen mehr als drei brauchen aber ich kann mich ja schon bei einem mörser packen wir werden dann nämlich wieder schöner context gemacht aber das mache ich dann ohne euch so jetzt bräuchte ich den agent haben namens agent haben und meine ich werde mal die vorschau auf dem anderen monitor deaktivieren weil ich der meinung bin dass das die performance ein bisschen verbessert in der aufnahme also ich selber merke davon nichts so und hier haben wir den guten alten megaloceros ist natürlich nicht der höchste vom level müssen eigentlich auch mal zusehen dass wir da vernünftige rankriegen zum beispiel wie ein dödi level 120 am besten weil da haben wir jetzt schon ein bisschen lowys da habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht so gut drum gekümmert ja müssen wir haben wir haben noch viel zu tun wir werden noch viel auf der island sein vor allem diese unterwasserhöhle im osten ist nicht normal oder wie derer gestern sagte die ist absurd und das ist ja auch einfach als wohl mit abstand die aller 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 schwerste höhle auf der island haupt sich einfach mal ich kenne die anderen unterwasserhöhlen nicht wo man artefakte rausholen kann aber das ist absurd dann brauchen wir noch einen hohen female rex damit ich rechse züchten kann für die boss armee ich habe mich hat soll ich das holz auch behalten was er hier gerade mal raus holt wir werden ja noch holz brauchen aber gerade geht es eher um stroh und holz brauchen nehmen uns den bieber gerade machen wir den einfach nur mal voll mit holz stroh und ich hoffe dass meine art los noch eine weile anhält möchte spiel aber nur genial finde und mega viel spaß daran habe würde ich auch schön finden wenn ich da irgendwann so eine kleine community hätte der man dann auch mal vernünftig auf einem server spielen kann ich meine klar da werden viele schwarze schafe dabei sein es wird viel aufregung geben ja es wird viele leute geben die da rum lügen und rum nerven und dann hätte ich mich damit rum ärgern müssen und das wird super nervig dann werden natürlich auch zuschauer gehen wenn sie auf dem server spielen klar ist zuschauer die mitspielen sind nicht im stream das ist klar also verliere ich dann in dem in dem sinne zuschauer aber was halt auch nicht zielführend ist aber naja gibt halt überall pros und cons ne müssen wir müssen wir sehen wie wir das machen soll ich dich befreien ihr sei frei mach doch gut schaden muss man sagen die livresscher nicht machtUP den diese geräusche faken wir einfach wir führen uns mit detsch genau das brauchen wir nämlich VERY Ja, man mag es kaum glauben, aber es kann tatsächlich vorkommen, mal dass ein Patch ausgeht. Weil eigentlich so vom Wade geht eigentlich noch voll viel so, aber wir haben jetzt relativ schnell mal 200, 300 Holze im Inventar. Oder 150 mittlerweile reichen schon, damit wir uns nicht mehr so richtig bewegen können. So, ich glaube das reicht dann erstmal. Wir müssen das jetzt nicht perfekt voll machen. Warte mal, hier können wir noch eben rüber springen. Ein paar Bäume wegholzen. Aber ich wollte da jetzt nicht weiter in den Wald rein. Oh, das ist eine schöne Menge an Patch. Da geht sogar immer noch was. Dann hauen wir jetzt hier noch so ein bisschen die Palmen weg, die gehen ja sowieso ordentlich. So. Der Hirsch kann sich nicht mehr bewegen. Jetzt schnappen wir uns den Agentavis und bringen den Hirsch in die Base. Der hat nur ein Gewicht von knapp 400. 300 irgendwas halt. Ist halt nicht so viel. Ich meine, das... Darüber macht sich der Agentavis ehrlich gesagt lustig. Wie geht's eigentlich unserem Fisch? Dem geht's gut. Nahrung 2,6 von 3. Also... Da muss ich mir keine Sorgen machen um dem... Um dem netten... Ich denke schon wieder an, dass meine Nase zugeht. No, bitte nicht. Und ich werde heute das erste Mal Sushi essen. Ich hab noch nie Sushi gegessen. Ich bin 30 Jahre alt. Und habe noch nie in meinem Leben Sushi gegessen. Das wird sich heute ändern. Darauf bin ich sehr gespannt, wie mir Sushi mundet. Ich glaube ja, ehrlich gesagt... Nicht so geil. Aber hey. Ich... I give it a try. So. So. Richtig gut geparkt. Äh. So. Ja, hab ich gut geparkt. Ah, ist halt. Äh. Die Werkbank ist voll. Da sind halt ein bisschen viel Fasern drinnen, ne? Ah. Warte mal. Ich hab den aber leer gemacht. Kann mal wieder laufen. Muss jetzt hier mal ein bisschen Fasern rausnehmen. Jetzt konnte ich echt alle Fasern rausnehmen. Das ist ja wohl. So. Wir machen jetzt hier mal ein paar Fasern rein. Auf 200 Slots. So. Die anderen Fasern schmeiße ich jetzt mal hier... Ja. Schmeiße ich jetzt mal hier rein. Weil da ist relativ leer. So. Und das andere Zeug schmeiße ich jetzt hier rein. So. Meine Betäubungsweile nehme ich wieder raus. Und dann passt das alles schon wieder. So. Dann kann Hirschi wieder auf die Position dort hinten. So. Der hohe Megatherium hier. Ich weiß gar nicht mehr welches Base Level der war. Wir stellen ihn jetzt auch mal hier hin. Und wie aktiviert man seine Fähigkeit? Kann man die erst aktivieren, wenn man Schaden gefangen hat? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Warte ich möchte ein bisschen positionieren. Wie wenig Wölfe ich nur noch habe. So viele Wölfe in dieser einen Höhle verloren. Richtig traurig. So. Hier unser Jutiranos muss auf jeden Fall näher hier ran. Der hat auch einen Level ab. Sehr schön. Vielleicht gehe ich lieber noch ein bisschen auf Health. Ist von Vorteil, wenn er ein bisschen was aushalten kann. Da haben wir wieder so rumgeklippelt. Ark hat viele, viele Fehler. Wenn man ehrlich ist. Viele, 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 viele Fehler hat Ark. Ich habe das Ganze im Stream auch schon gesagt, ja. Man muss da ein bisschen abwägen können, wie schlimm diese Fehler sind. Also, wie viel Positives hat ein Spiel und wie viel Negatives. Da muss man einfach sagen, Ark hat wesentlich mehr Positives als Negatives. Finde ich. So, eigentlich können wir das mit den Narcos jetzt mal machen. Wenn wir jetzt hier gleich am Haus bauen. Und dann nicht so viel weg sind. Dann sollte uns da gleich ein Level ab sogar noch gewiss sein. Und da reichen wir gleich noch Level 83. Da nur noch 5 Level. Bis zum Industriekocher. Der ziemlich geil ist. Wenn ich den unbedingt wieder haben will. Ja, naja. So. Arkus. Zack. Warte mal. 100. 1, 2, 3, 4, 5. So. Damit das Ganze schneller durchgeht. So. 1, 2, 3, 4, 5. 100. So. Dann nutzen wir jetzt nämlich alles. Aber auch noch mal Cortex. Den Rest machen wir jetzt einfach hier. So. Dann geht es ein bisschen schneller mit den EP. Dann nehmen wir uns jetzt noch ein bisschen Fleisch raus. Und dann schwarten wir mal ein bisschen los. 10 Wände brauchen wir noch. Wir werden auch noch Steine. Ne, Steine müssen wir gar nicht mehr holen dann. Die Steine wären auf jeden Fall reichend für 10 Wände. Denke ich. Äh. Ja. 10. Palim, palim. Und dann brauchen wir jetzt viel Tetsch, viel Fasern und Holz. Und das haben wir alles noch. Von daher. Unter mir auf der Terrasse. Da ist so ein älteres Ehepaar. Wir sitzen da jetzt bei dem schönen Wetter immer. Und die sind immer besoffen. Irgendwann die hören mich auch. Naja gut. So. Okay. Machen wir mal so. Okay. Dann müssen wir da kurz hinter. Hinter, hinter. Warum habe ich die Wände richtig berechnet? Ja doch. Da die ganze obere Reihe müssen wir noch. Ja natürlich. Guckst du mich an? Was lässt du? Das mag ich nicht. Also ich mag es, wenn die einen angucken. Aber. Da passieren dann ständig Dinge, dass man sich mit denen verhakt. Weißt du, wie ich meine? Das mag ich nicht. Das ist immer noch der mit dem Honig, ne? Großes Fischfilet. Habe ich halt auch nicht. Welches Level bist du? 12. Nur noch dasselbe. Der hat glaube ich nur einfach nur einen anderen Geschmack bekommen. Wo ist denn mein Hoa-Quid-Zahl? Wenn wir gestern getamed haben. Habe ich den draußen stehen lassen für den Screenshot? Nee. Dann ist der 36er. Der Twitch. Guck mal, die glänzen so schön. 59, 80, 178. Ja, haben wir ihn. Hat wieder ein Level. Upp. 2.500 Ausdauer hat er. Ist auf jeden Fall stolz. Du siehst, und jetzt würde mich der Giga hier nämlich die ganze Zeit anglotzen. Und dann könnte ich hier nichts gescheit machen. Nee, auch der Flügel geht nicht. Habe ich gestern schon ausprobiert. So, und so. Hätten wir das. Brauchen wir noch Schräge. 1, 2. Na gut. Wir haben jetzt vier von, also rechts und links. Ich glaube, so viele Steine haben wir noch. Stein, Stein, Stein. Äh, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das reicht. Sag mir nicht, ich muss jetzt nur Steine holen. Für dieses bisschen, weißt du, das wäre halt. Das wäre halt echt traurig. Slopped. Habe ich gar nicht gelernt. Slopped. Äh, Tetch. Nein. Attach Roof. Normale Slopped, ja. Slopped, Tetch, Left, Tetch, da. Slopped, Tetch, Roof. Das baue ich dann auf jeden Fall. Aber hier baue ich jetzt das an Stone. Ach, wenn es mit Escape nicht zugeht, ne? Ich hasse es. Es lobt. Unser Stein wird nicht reichen. So sieht das Ganze jetzt aus. Dann müssen wir auch nochmal Stein fahren. Bringen wir aber auch hinter uns. Machen das jetzt halt alles. Solange wie ich Zeit habe und dann halt nicht mehr. Zack, 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 zack. Solange wie ich jetzt Zeit habe, kümmern wir uns darum. Und dann haben wir noch eine schöne Arc-Folge im Kasten. Sodass ich heute zum Beispiel gar nicht streamen müsste. Jawohl. Äh, ich mag das, wie der glitzert. So, der hat voll Stil, der Frosch. Er ist zwar voll low, aber der hat voll Stil. Wo ist mein, wo habe ich mein, 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 mein? Ist der hier irgendwo noch mit bei? Wo ist mein Dödi? Habt ihr ihn schon gesehen? Ach, da ist er. So. Ich habe die Geschichte wieder vor. Der Argi und Dödi. Gehen jetzt erstmal so ein bisschen auf Tour. Wir müssen eigentlich auch noch ganz viel Holz fahren, um das ganze Holz in den Ofen zu schmeißen. Wir haben noch ganz viel Zündpulver. Da könnten wir nämlich noch ganz viel, ähm, Schießpulver machen. Dann können wir tatsächlich dann nochmal dran denken, uns die Pumpe zu machen. Die ja auch echt gut war. Wobei es mir eigentlich lieber wäre, eine Ranged-Waffe. An der Sturmgewehr wäre ein Grau. Oh, ich weiß nicht, wie viel das taugt. Die Sniper kriegen wir ja erst. Oh, schön. Level up. So, machen wir nochmal eine Bewegungsgeschwindigkeit. Gibt aber nichts cooles Neues. Das können wir halt das Scharpschützengewehr. Wäre auch eine Option. Denke ich. Letztlich. Ich weiß nicht, da würde ich lieber ein Rezept finden. Ein gutes. Würde mir wesentlich besser gefallen. So. Jetzt wollen wir jetzt mal ordentlich Stein ran hier mit dem Dödi. Ja, das lohnt sich irgendwie nicht. Kann ich den nur so gut einmal kurz rüberrollen. Wie gefällt mir eine Dino-Falle hier? Ich habe die auf dem anderen Server nicht nochmal so hinbekommen. Aber ich finde die echt schick. Muss ich gestehen. Mal Lob an mich. Mir gefällt sie. Klar, geht hübscher und so. Der Wicked hat zum Beispiel... Also ich würde nicht sagen, dass es optisch besser aussieht, was er da gemacht hat auf dem anderen Server. Wobei das echt selten ist, weil der Wicked echt schön bauen kann. Kann ich euch hier vielleicht auch im LP nochmal zeigen, dass ich die Basen abfliege. Aber... Er hat da so eine Doppelfalle. Hätte ich lieber dann auch mit einer Doppelwand getrennt an seiner Stelle. Oder nur so ein Fenster. Da könnte es passieren, dass der erste dort liegende angehauen wird, während der zweite da drinnen wild um sich schlägt. Aber... An sich keine schlechte Idee. Manchmal ist man ja schon irgendwas am Tame oder so. Und findet dann noch irgendwas Cooles. Das kann man dann natürlich knicken, wenn man nur einen Slot frei hat. Dann gut sowas wie Wölfe und so. Mal einfach fallen lassen. Oder wie ich früher immer da reinschmeiße. Und dann packt man die Bolas raus. Ich glaube, die kann ich nicht abbauen hier. Das sind keine Abbausteine. Eine Mischung zwischen 40 und 60 FPS gerade. Oh, da startet der Wicked auch gerade. Das wird bald. Sogar schon vielleicht. Ab nächster Woche. Kann gut sein, dass ab nächsten Wochenende ARC dann tatsächlich einen sauberen 60 FPS läuft. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, inwiefern das mit Streamen und Co. dann funktioniert. Und Aufnahme. Das müssen wir dann halt sehen. So, bevor ich mich jetzt hier am Strand rummurmel. Hier hinten waren noch viele Steine, ne? So, hier gibt es gerade auch. Hier sind auch einige. Können wir hier immer noch ein bisschen rumdödien. So kann ich euch auch empfehlen, dass ihr euch dann Agentavis mitnehmt. Denn, äh... Ihr könnt natürlich super langsam mit eurem Dödi zurückrollen. Oder ihr macht ihn einfach komplett voll und fliegt dann schnell mit eurem Dödi zurück. Äh, Agentavis. Macht irgendwie mehr Sinn. Das gleiche kann ich auch bei Eisen empfehlen. Also, wenn ihr nicht unbedingt euren Hochofen auf den Bergen baut, kann ich euch empfehlen, den Ankylo dann immer mitzunehmen, den Vollgepacken und nicht da irgendwie Öfen aufzustellen oder so. Den Hochofen in der Base zu haben, finde ich besser. So. Sprinte ich mal zum Stein. In höchster Geschwindigkeit. Das ist so mein Echtzeit-G-Tempo. So. Ach, und Detroit Become Human ist momentan auch so schön. Ich spiele momentan schöne Spiele. Ich meine, hier Ark ist ein super Spiel. Detroit Become Human ist super. Horizon fehlt mir zwar ein bisschen, aber man muss manchmal einfach realistisch sein. Das ist ein Hobby. Und ich komme zeitlich einfach nicht dazu, vier Projekte gleichzeitig am Laufen zu haben. Es hat eine Zeit lang funktioniert. Aber sobald man halt einmal ein bisschen in den Verzug kommt, ist das einfach nicht mehr möglich. Ich habe es versucht, Leute. Ah, der Quetzel steht hier jetzt natürlich doof. Ja, nee. Der Quetzel steht da super blöd. Hier, komm mal her. Stell ich mal hier hin oder so. Da stehst du super nervig. Ich nehme an, Mann, wenn ich jetzt mal hier so 400 mehr eben rausnehme, dann könnte ich auf dem Dödi vielleicht auch wieder laufen. Dann kann ich mit dem Dödi mich selbst dann in diese Position bringen. Vor der Werkbank. Ja. Geht. Bitte das ganze Wasser. Das ist so witzig. Dafür ist das Wasser dann nicht weit. Wenn ich hier dann hoch, also so ein, gut, ich meine, wir haben hier relativ wenig Platz. Ich weiß echt nicht, wo ich hier ein Industriegrill, also nicht grill. Wie heißt denn das? Industriekoch-Ding? Wie heißt das? Koch? Industriekocher? Oder? Ich weiß nicht. Ich wüsste nicht, wo ich den hier noch aufstellen soll. Da muss ich, glaube ich, dann noch einen Anbau tätigen. Müssen wir da mal gucken. Upp. So. Wo bist du überladen? Macht ja irgendwo Sinn. Nun, dann kann ich ja noch mal eine Empfehlung für die S-Plus-Mod aussprechen, ja. Eine Mod, ohne der ich ehrlich gesagt nicht mehr unbedingt ARC spielen will. Und ich finde das Bauen in ARC halt echt scheiße. Muss man einfach so sagen. Ja, da gibt es Spiele, da kann man wesentlich besser bauen als in ARC. Gut, also so schlimm ist ARC jetzt auch nicht. Man kann schon irgendwie bauen, aber S-Plus macht halt viele Sachen wesentlich besser. Muss man einfach so sagen. So. Wir haben Stroh. Ich muss jetzt gar nicht so viel mitnehmen, weil ja gut, ich meine, wir haben die Steine jetzt. Äh. Eisen haben wir auch noch viel. Das ist schön. Wir brauchen jetzt ja eigentlich nur noch War Left drei Stück. War Left eins, zwei, drei. So. Und dann ist die Sache nämlich auch durch. Und dann geht es gleich mit Patch Rufus weiter. Mit Rufus. So, so. So kommt es hier mal wieder raus. Ja, also habt ihr eine Idee, wo man hier noch einen Kocher hinstellen könnte? Mit dem Chemie-Table wird schon schwierig. Da kommt halt der Koch-Dings weg, ne? Das. Das ist, ja. Wird schon irgendwie. So. Achso, ja. Da brauche ich jetzt mein Quizzal. Guckt euch mal an, wie wenig das nur ist bisher in Honig. Wenn man die Honigproduktion würde ein bisschen schneller gehen. Bin bescheuert, ne? Ich brauche jeweils acht. Ach nee, jeweils vier. Das ist richtig, Alter. Alter, schau die. Och, es war so klar, Mann. Das hasse ich halt echt an Ark, ja? Es wird dir angezeigt, dass er es dahin baut, wo du es hinhaben willst. Und dann drückst du und er baut es ganz woanders hin. Das ist halt einfach so etwas. Das ist so nervig. Keine Ahnung, warum Ark das tut. Okay, da habe ich jetzt eine ganze Weile gewartet. So. Jetzt muss ich an die andere Seite. Ach, leck mich. So, einmal drehen. Wir haben jetzt hier nicht vor, irgendwelche hübschen Muster zu bauen, ja? Möchtest du einfach nur ranbauen. Ach, danke. So. Und den ganzen Spaß nochmal auf der Seite. So, vier. Ei, 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 ei. Okay. Hm, hm, hm. Okay, dann machen wir doch erst mal die acht. Ach, leck mich doch. Und er reißt halt die ganze Wand ab. Mich verarschen? Und das meine ich halt mit dem Ark bauen. Ich meine, das ist jetzt schon S plus hier. Jetzt haben wir wahrscheinlich keine Mats mit, um daraus eine Wall noch zu machen, ne? Wir haben 20 Steine. Leute, Leute, Leute. Dieses Bauen in Ark. Furchtbar. So. Nehmen wir mal kurz noch Steine raus, um die Wall nachzumachen. Er reißt halt die ganze Wand raus. Verrückt. Was für eine halbe Wand geweiß. Verrückt. So, brauchen wir das kurz. Komm ich so auch nicht ran, da wo ich hier noch mein Quetzelinchen. So. Ja, und Dera meinte ja, er hätte auch gerne ein Ei, ja? Also, wenn irgendwer von euch hier gerade auf dem Server mitspielt. Dera, Mary, wenn irgendwer von euch das sieht. Wenn ihr gerne ein Giga-Ei oder ein Quetzel-Ei hättet, dann sagt mir doch einfach Bescheid. Lässt sich einrichten. Wenn ihr es nicht geschenkt haben wollt, könnt ihr auch gerne irgendwas dafür tun. Warte mal. Zwo. Vier. Sechs. Warte. Zwo. Vier. Sechs. Ach. Boah, ist super schwer irgendwie gerade mit den Augen zu sehen. Zwei. Vier. Sechs. Acht. Zehn. Zwölf. Vierzehn. Vierzehn pro Seite heißt 28. So. Wir haben ordentlich Stroh mit. So. Ordentlich Holz mit. Und ordentlich Fasern mit. Dann schauen wir mal, ob wir 28 Tetschu-Roofs machen können. Ruf. 100. Okay. Ne, 28 sollten reichen. So, kriegen wir auch schon wieder ein paar EPchen zusammen. Mutig. Ich meine, es ist kaum sichtbar, unsere EP gerade bislang. So, wir haben noch höchstens ne, also, höchstens ne halbe Stunde haben wir noch. Das Haus sollte man bis dahin fertig kriegen. Vielleicht hängen wir sogar noch ein bisschen Siliziumperlen zusammen. Damit wir dann bald den Chemieofen bauen können. Wäre auf jeden Fall supi. Supi-dupi. So, erstmal wieder ein Mikrofon hier positionieren. Enter ja von mir. Die Sache bei Stroh ist, dass die Sachen eher schwerer werden. Ich schnaufe mir mal kurz die Nase. So, vielleicht lebe ich ja jetzt wieder ein bisschen mehr. Ist immer so ne Sache. Gili, 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 gili. Oh, Polymer müssen wir auch noch ganz viel ranholen dann. Dafür wird mich Tuxi hassen. Aber ist halt einfacher als... Ich meine gut, Obsidian zu holen, das ist auch nicht so ein... Ich weiß nicht, woher das meiste Obsidian ist. Auf dem Berg, wo ich meinen Farmspot habe, ist nicht besonders viel. Auf dem, wo wir zuletzt geflogen sind, ist mehr Kristall. Also auch nicht so geil. Muss man einfach mal sagen. Also so richtig ein Spot für Obsidian. Also wo viel Obsidian ist. Weil dann würde es sich mit dem Ankylo und dem Argentavis mehr lohnen, als ganz hinten ins Eisgebiet zu flattern. Soja, komm mal mit. Ich nehme mich jetzt nicht, um da aufs Dach zu fliegen. Du bist zu groß und zu schwerfällig. So. Ich nehme stattdessen den Argentavis. Das ist eigentlich cool, ne? Das ist ja so. Müssen wir mal einen Namen geben. Irgendwas mit Gold. Nenne ich mal erstmal Goldfeder oder so, ne? Da wird die Giga mir eben Dillo wegrasiert. Aber ist noch richtig so. Wenn die Dillos hier rummucken, dann werden die halt weggemacht. Dafür hat man noch starke Gigas, oder? Na? Na gut, dann wird das mit dem Laufen natürlich auch wieder ein Problem werden. Weil wir hier eine ganze Menge Holzwände abreißen. Man sieht es gerade schon. Aber wir haben hier den starken Argentavis am Start. Der schleppt das für uns. Hat ja auch lustig, dass Deras Pteranodon einfach mal Ptomas heißt. Zu gut. Zu gut einfach. Okay, da hat er nicht richtig zerstört. Warte mal. Nein. Mach das bitte vernünftig. Danke. So. Jetzt werde ich wieder ein bisschen voller. Halt mal kurz. Also fahren wir auf jeden Fall gut Holz, ne? So müssen wir zumindest gleich kein Holz fahren gehen. Muss man einfach sagen. Äh, ja. Genau so bitte. So. Haben wir das schon. Unto up. Yeah. Holden. Okay. Ja. Very well. Und diegood. Und die Cheese und betreibt es einfach, Ja, wir können ja号 Typistaw zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ne, wo mache ich denn die Glas-Doppel-Ramp? Mach die hier? Glas, Glas-Metal-Ramp. Brauche ich noch Kristall und Metall-Barrang? Habe ich hier noch Kristall drin? Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, das reicht nicht. Doch, das reicht. Wir machen die mal, ne? Einfach mal, um zu gucken, wie sie aussieht. Wir müssen dann wohl oder übel auch nochmal Metall farmen. Schauen wir uns mal, wie die Glas-Sachen aussehen. Damit habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Problem ist, dass ich davon noch eine zweite brauchen werde. Sieht schon cool aus. Jetzt haben wir natürlich gerade nicht mehr genug Kristall. Aber so im Ganzen hatte ich mir das vorgestellt. Wir machen daraus ruhig auch einen Metall-Boden, oder? Das wird dann natürlich teuer. Foundation. Metal-Foundation brauchen wir denn jetzt? Das, äh... Wir haben hier auch Glas-Foundation. Oh, wird auch fett aussehen. So eine Glas-Foundation als Boden wäre voll sexy, oder? Wir müssen dann Kristall fahren. Wir machen das dann so. Wir machen diese Glas-Dinger. Habe ich voll Bock drauf. Brauchen wir aber Kristall. Dann muss man es mal eben angehen. Wir haben noch eine Viertelstunde. Aber wir können höchstens noch einmal zu dem von hier südöstlichen Bergchen fliegen. Da ist nämlich ein bisschen was. Fliegen wir mit Goldfeder und Goku mal eben hin. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich Goku schon wieder abgestellt habe. Ich glaube, irgendwo da hinten. Ja, so. Dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen Kristall zusammenkriegen. Da, 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 da. Dann machen wir uns richtig, richtig, richtig hübschen Boden aus Glas. Hat übrigens dieselbe Haltbarkeit wie ein Metallboden. Also wenn ihr damit baut, ist safe. Ist nicht wie ein Gewächshaus, dass da jeder Pus das wegmacht. Ist dann schon safe. Ja, ist safe. Müsst ihr euch keine Sorgen dann drum machen. Ist schon cool, wie die ihre Base bauen, ne? Hat irgendwie was. Oder ja, so, so, immer was das angeht, ziemlich langweilig. Immer irgendwas umzäuntes. Weil man einfach sagen muss, dass die Behemoth Gates auch einfach nichts taugen, ja? Also aus meiner Erfahrung vom PvP-Server, ja? Wo wir die dicksten auf dem Server waren, ja? Beziehungsweise vielleicht sogar die zweitbigsten, aber wir waren auf jeden Fall gefürchtet, mehr oder weniger. Habe ich relativ schnell gemerkt, dass diese Behemoth Gates, wo sich die Leute das statt einen Zaun drum gebaut haben, wo man sich dann mal gedacht hat, na, das ist bestimmt voll sicher und so. Aber Pustekuchen, das sieht dann nämlich eher so aus, dass da ein Raketenschuss reicht, ja? Ein Raketenschuss reicht und das Tor ist weg. Also, rein vom Schutz gesehen, muss man dann tatsächlich auf Metall gehen, wenn man auf dem PvP-Server spielt. Lasst euch das gesagt sein. Metall ist da the way to go. Kommt auch ein Giga nicht durch, ja? Stein hat auch ein Giga, ruch zu klein. Ich weiß noch, wo ich auf diesem PvP-Server neu angefangen hatte. Und da hieß es, ja, das Gebiet gehörte Police Academy. Habe ich so gefragt, darf ich hier bauen? Ja, 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 bau. Okay, cool, ja, freut mich. Habe ich da gebaut. Bisschen später kam einer mit dem Giga an und hat meine komplette Base den Erdboden gleichgemacht. Hat gesagt, das hier ist unser Gebiet. Obwohl ich mich vorher darüber erkundigt hatte, ob ich da bauen darf oder nicht. Ja, die sind dann später in unsere Allianz eingetreten, weil wir ernstzunehmende Gegner wurden. Die wollten uns dann natürlich auf ihre Seite haben. Ja, der Giga hat auf jeden Fall einen kurzen Prozess mit meiner Base gemacht, das kann ich euch sagen. Ging ziemlich flott. Ich muss keine Angst haben, wenn der Level 8 T-Rex hier hochkommt, dann lache ich ihm da auch eher aus. Da habe ich keine Angst. So, die Steine nehme ich natürlich nicht mit, die nehmen viel zu viel Platz weg. Gehen wir lieber zu, dass wir noch ein paar Kristalle mitnehmen. Ich meine, wir haben jetzt auch ein bisschen Eisen. Ist nicht viel. Aber uns geht es ja hier gerade hauptsächlich um Kristall. Auch wenn unser Metall wahrscheinlich auch nicht reichen wird. Zement ist wirklich kein Problem. Das hat man schnell rangeholt. Sobald wir ein paar Akatina-Schnecken haben. Oder Akatina-Schnecken haben. Ja, ist das erst recht kein Problem. Gehen wir mal schön seltene Pilze. Oh, also da läuft gerade nichts mehr mit Laufen. Wenn der Weight Limit ist full, dann müssen wir das wohl einsehen. Wie, jetzt warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nooo. Na ja, gut, das troppe ich jetzt. Ganz ehrlich. Tschüss. So, jetzt wegen diesem bisschen Holz den Kristall nicht mitnehmen zu können, wäre ja wohl bescheuert. So, sind wir schon wieder bald bei einer Stunde, ne? Nice, nice. Aber doch eine ordentliche Folge, wo wir ein bisschen was gemacht haben. Dann machen wir uns einen richtig geilen Glasboden da rein. Noch eine Glaserramp. So müsste man unter Wasser ein Haus bauen, ey. Das hätte, das wäre richtig sexy. Und wie ist das, wenn man unter Wasser eine Luke hat, ja? Und wenn man die Luke dann aufmacht, strömt dann Wasser ins Haus. Also ist das Haus dann vollkommen unter Wasser? Das ist halt die Frage, ne? Weiß ich halt nicht. Ich habe noch nie unter Wasser gebaut in Ark, nur in Minecraft. Und da hat es gereicht, wenn man das Haus einfach mit Erde vollclustert. Dann ist nämlich alles aufgesogen und alles ist gut. Aber hier, keine Ahnung. Nicht den Hauch einer Ahnung. Oh, da. Das, was Graham auch Cooldown hat vom Agentavis. Oh, da kommt ein Strahl mit Kreis runter. Sieht aus wie ein Auge von Zelda. Die Farbe aber bisher nicht ist Standardfarbe, oder? Also Level 5, oder was das war. Das ist Lila. Was schnauft hier so? Das ist wahrscheinlich mein Ankylo. Was schnauft hier so? Ist das der Ankylo? Joa, ne, ist ein Lila, ne? Nehmen wir gleich mit. Beziehungsweise, ich bringe erstmal den Ankylo in die Base. Der ist gerade noch am runterkommen. So sieht das da jetzt aus. Hätte man vielleicht hier mit den Schrägen auch schon aus Strom machen müssen. Ja, hätte man. Safe. So sieht das ein bisschen komisch aus. Hier schön aus mit Double. So, damit das nicht ständig passiert. Ah, switch to Manual. Aber weil da Wasser ist, bleiben die da auch ständig dann im Wasser hängen. Junge, wieso geht das nicht? Bleibt natürlich gerade überall hängen. Was halb so wild, da muss eh dann das Metall rein. Metall und Kristall. Und dafür steht er eigentlich gut. Na ja, gut, eigentlich doch nicht. Aber für Metall steht er gut. Dann sollt ihr auch wieder laufen können, denke ich. So, ist nicht viel. Besser als nix. Doch, er kann wieder laufen. Er sprintet um sein Leben. So, dann habe ich zumindest das erste Mal mal mit diesen, ja, mit diesem Glas gebaut. Habe ich noch nie getan. Dann weiß ich in etwa schon mal, wie das aussieht. Könnte man, ich wette unter Wasser könnte man mit Glas was richtig schönes hinzaubern. Richtig, richtig schön, wisst ihr? So, machen wir erstmal nochmal die Glas-Ramp. Bist du nicht auch Glas? Glas Foundation. So. Drei können wir nur machen. Achso, weil das Metall dann hier alles ist. So, dann müssen wir hier das Metall mitnehmen. Ist nicht mehr viel. So weit kommen wir damit nicht mehr. Den Boden kriegen wir damit nicht fertig. Dann müssen wir Metall-Farm gehen. Aber da ich nur noch fünf Minuten Zeit habe, wird das safe nichts mehr. Safe nicht. Nicht dieses Mal. Sind das noch die Pilze, ne? Jo, die kommen in den rechten Kühlschrank. Vielleicht kommen dann die Kühlschränke hier weg für den Chemie-Tisch. Kühlschränke kann man sicher auch anders positionieren. Zum Beispiel hier könnte einer hin. Keine Ahnung. Sehen wir dann hier diese Crafting-Dings von S+. Könnt ihr hier auch weg von der Ecke. So, da schwimmt da der Ankylo. Arc, ne? Hashtag Vollversion und so. Okay. Schauen wir mal. Wie viel können wir machen? 18. Machen wir einfach mal. Aber erstmal nehmen wir jetzt unsere Stone-Ramp. Ich sehe sie nicht, Mann. Wo ist die Ramp? Ja. So, und wir werden dann auf jeden Fall auch noch Geschütztürme aufstellen. Nicht wegen den anderen Mitspielern, sondern wegen diesen hässlichen Klau-Vögeln, die einfach den Bogen überspannt haben, ne? Muss man einfach mal sagen. Sie haben ihre Lage übertrieben. Na? Und wir müssen dann langsam mal die Hörner des Bullens spüren. Guck mal, ganz wenig EP kriegen wir hier nur zusammen, wenn wir craften. Davon abgesehen, dass wir gerade unser ganzes Metall verkraften, ist es nicht so, dass wir irgendeinen Scheiß machen. Mal da jetzt mal gucken auf unsere EPs. 200 EP sind das immer? Nicht mal. 4, 9. 5, 8. 90? Also an den 90 EP? Ja, eine Metallfoundation ist irgendwie ein bisschen wenig. Füßchen. Weiß auch nicht. Aber das könnte mehr sein. So, wo haben wir denn hier die Foundations? Ja. Eine gibt's noch. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ich hatte da auf jeden Fall gerade auf einmal Bock drauf. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie irgendwas macht und plötzlich denkt ihr euch, ja Mann, genau das soll es werden. Ich glaube, ich werde es auch nicht bereuen. Ja, das wird voll cool. Das wird voll cool. Fällt mir voll gut. So. Zum Holz müssen wir uns gerade auf jeden Fall keine Sorgen mehr machen. Jetzt sind unsere Sorgen die Sorgen, die sich für unseren Fortschritt im Spiel geziemen. Und zwar Metall. Und nicht irgendwelche Low Level Ressourcen, weil wir sind nicht mehr Low Level. Ja, mach ich hier hinten dann so zack zack. So, dann war's da schon. Nur noch zwei, vier, sechs, acht, zehn. Auch noch zehn. Zehn Stück. Vielleicht können wir ja noch welche machen. Wir haben ja gerade noch was nachgelegt. Gut, dann brauchen wir nur noch sechs, ne? Ich glaube, das schreibt mir jetzt jemand, dass er jetzt losfährt. Yes. Gut, ist dann eigentlich auch passend fertig geworden, ne? Was heißt fertig geworden? Wir sind hier nicht mehr fertig geworden. Aber nur, weil ich mir ja den Boden noch umüberlegt habe. Zum Glas. Und ich finde, das sieht super nice aus. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr auch so welche Foundations bauen könnt, dann sucht nach der S-Plus-Mod. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Mach ich grad mal so einen Screenshot. Oder wir stellen uns mal ein bisschen so hin. Und wir müssen dann die Schrägen auch noch machen, ne? Aber wir machen mal so. Warte, 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 warte. Kann mein Charakter irgendwie nach oben gucken, bitte? Passt, oder? Ich habe jetzt einen Screenshot gemacht. Yes. Alles klar. Da haben wir schon mal unser Thumbnail. So. Also sprich, Wir müssen das Dach hier noch, also hier schräge, Wand, Wand, schräge, schräge, schräge. Also das müssen wir dann alles noch aus Stroh machen, weil das sonst nicht aussieht. Dann ist es einfach nur, als wenn da oben eine Strohschicht auf dem Dach liegt. Das soll ja schon aussehen wie ein richtiges Dach, ne? Hier haben wir unser Glas. Sieht von außen aus wie ein Metall. Ist halt quasi auch Metall. Fittet so auch ein bisschen. Wir müssen auch noch eine Ramp machen. Dafür haben wir jetzt natürlich nichts mehr genug. Oder? Ne. Wir haben auch fünf Metallbare. Darum muss man sich kümmern. Fette Metallfarmtour. Ich glaube, das mache ich dann ohne euch. Dass wir das nächste Mal gleich weiterbauen können. Mal sehen. Oder vielleicht im Stream, wenn wieder einer stattfindet, dann. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Und der Boden hier gefällt mir richtig gut. Gut, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder von Ark Survivor Revolt. Ich würde mich auf euch freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, euer Soulinix. Tschüss.